Hi, hallo zusammen. Da die Bundestagswahlen von entscheidenden Themen begleitet werden, ist es mir echt wichtig, eine menschliche Perspektive zum Thema Politik anzubieten und in diesem Fall die CDU als Vorbild der Bigotterie und Heuchelei zu nehmen. Diese Meinung verteidigt auch nach den Wahlen ihre Gültigkeit und bleibt so lange standhaft, bis diese Partei nach entscheidenden Werten reflektiert und nicht nach der Eleganz des Reichtums. Denn für was angebliche Christen eigentlich einstehen sollten, ist denke ich für jeden klar. Und somit kommen wir auch zum Thema. Denn was mich persönlich richtig abfuckt, ist diese Tatsache, dass eine Partei mit einem christlichen Namen das genaue Gegenteil christlicher Werte macht und eigentlich nur in seiner widerlichen Doppelmoral ersäuft. Diese pseudosoziale Partei sollte sich als Christenleuchtturm in erster Konsequenz um die Ärmsten kümmern und füttert lieber das Gebilde des Kapitalismus. Ich selbst wünsche mir eine politische Instanz, die sich einmal ganz einfach, aber tiefsinnig die philosophische Frage stellt, wem gehört eigentlich diese Erde? Diese ganzen Leistungskonditionierungen und Identifikationen nach von Menschen erdachten Etiketten macht uns oft alle nur krank. Diese ständigen Vergleiche nach Zahlen und Symbolen, die es eigentlich gar nicht gibt. Dieses staatliche Paradigma, welches für Kinder bereits aufgespielt wird und dann mit der Rente endet, ist eine Manipulation. Sozusagen, seid brave Angestellte der Truman Show und hinterfragt die Elite nicht. Habt ihr dann schön in dem Spiel System X bestanden, ja dann bekommt ihr brav eine Rente zum Ende eures Lebens, weil ihr tapfer für andere Ziele, aber niemals für eure eigene Selbstverwirklichung und seelische Entfaltung gelebt habt. Und wie viele alte Menschen im Sterbebett sagen, mein Gott, ich musste irgendwie immer nur anderen gefallen und die Angst, das nicht zu tun, in diesem Sozialsystem dann zu versagen, hat mich dazu geführt, irgendwie immer was anderes zu machen. Ich hätte so viel gerne anders gemacht. Viel mehr mit meiner Frau, mit meinem Freund, mit meiner Freundin, viel mehr unterwegs gewesen, viel mehr gereist, viel mehr Freiheit gehabt. Und wir können uns leider nicht den Gedanken hervorholen, wie es wäre, wenn wir wüssten, oh, wir müssten ja wirklich mal sterben. Denn die Gewohnheit des aktuellen Glücks lässt uns immer ganz anders reflektieren und das Ego auch ganz laut werden lassen, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Pralinen und die Politik weiter zu stabilisieren. Und naja, wie oft hattet ihr denn wirklich Freizeit und freiheitliches Potenzial für eure Entfaltungen? Und wie oft habt ihr dann doch nur Malocht, damit andere in diesem Hamsterrad sich über diese Malocher freuen und ja, das Ganze dann weiterführen. Und das Ganze, das sollen keine Stammtischparolen systemkritischer Rebellen sein. Das ist einfach nur die Gefahr der Gewohnheit, die ich hier ansprechen möchte. Denn die Gewohnheit ist unfassbar mächtig in allen Dingen. Wenn man seine Möglichkeiten immer nur an dem orientiert, was der Prägung gerecht wird. Das ist ja schon fast wie ein Aufwachen. Dass man sich gegenseitig mit seinen Seelen aufwecken muss, um zu sagen, hey, hallo, du wurdest seit Kindertagen schon so konditioniert, irgendwie bestimmte Leistungen zu erfüllen, sich zu vergleichen, mit Ängsten schon einzuschlafen, ob du irgendwas bestehen wirst, was es eigentlich gar nicht gibt im Atemzug der Existenz, aber der Gestaltung, der temporären Ordnung gerecht werden soll. Und dann merken manche Menschen auch viele, die ein bisschen sensitiver, kreativer veranlagt sind, wow, das ist irgendwie meine Begabung. So ganz schaffe ich manchmal nicht, das beruflich zu integrieren. Das Schulsystem ist dafür auch viel zu stereotypisch und altbacken. Manche werden dann alleine schon durch diese Konsequenz irgendwie zurückhaltender und machen da was ganz anderes, was irgendwie gar nicht erfüllt, weil es nicht anders geht, weil sie einfach reingerutscht sind und sich dann nochmal umzugestalten oder einfach was Mutiges eigenes zu versuchen, ist viel zu schwierig. Auch dafür haben wir nicht die sozialen Ressourcen, denn am Ende hat man Angst zu fallen und dann sich von Hartz IV ernähren zu müssen. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Ja, und wer als Partei wirklich für Freiheit argumentieren will, der sollte eben ein gerechtes Grundeinkommen, dieses BGE, durchsetzen, damit ein jeder Mensch selbst entscheiden kann, ob er sich ohne Angst selbst verwirklichen möchte und was Lohnarbeit für ihn bedeutet. Das ist schon ein sehr relativer Begriff. Viele tolle Sachen werden gar nicht bezahlt. Niemand hat das Recht, mit Druck und Sanktionen lieber Gott zu spielen, während wir hier alle unwissende Seelen auf der Erde mit großen existenziellen Fragen sind. Die Freiheit ist die Grundlage unserer staatlichen Orientierung. Doch ist das nicht wirklich so, das ist ja aber leider nicht wirklich so, da diese heuchlerische Freiheit immer nur bei einer Gegenleistung beginnt, als hätte jemand das Recht, irgendwas zu fordern, was ihn gar nicht gehört, nur weil er diese staatlichen Gebilde weiter im Leben hält. Wer nach seinem künstlichen Kapital und staatlichen Herrschaftsinstrument Gott spielt, ja, der wird wohl eher Satan spielen, wenn er für das Ego eintritt. Niemand schuldet einem von Menschen erdachten Konstrukt etwas. Wenn überhaupt, dann schulden wir Mutter Natur etwas, dem Architekten des Universums. Gott. Wir schulden uns eine Geste der Liebe, damit wir das Nichtsichtbare, das Ewige stärken. Denn alles andere ist vergänglich. Aber das sind ja Basics für die CDU, sollte man ja wissen. Ich habe ja noch nichts, aber mir ist aber selbst nichts bekannt, dass das Nichtsichtbare hier irgendwie so leiblich verkörpert wurde, sodass die Menschen, die sich suizidal immer wieder verabschieden und darauf hinweisen, dass das System krank macht. Also die CDU sollte sich ja einer solchen suizidalen Prävalenz annehmen und sich mal klinisch-psychologisch ein bisschen bilden. Die werden doch bestimmt tapfere Psychologen haben. Ach nee, da fängt es ja schon wieder an. Die akademische Psychologie ist ja Wendi-Psychologie. Eine wirklich christliche Partei, überhaupt eine menschlich innovative, spirituelle, geistige Partei, würde erstmal sagen, hey, es ist so grausam, wie viele Menschen sich tagtäglich umbringen, dass wir erstmal die Menschen belohnen, jetzt ein Beispiel der depressiven Menschen, dass wir den Menschen erstmal alle, also die soweit klinisch auch erfasst sind, dass wir denen alle eine Urkunde zukommen lassen. Ein Dankeschön, eine Auszeichnung, wie toll diese Menschen sind, dass die überhaupt noch leben, weil das eben traurigerweise keine Selbstverständlichkeit ist. Das wäre so meine Idee, das einfach mal zu machen. Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber. So steht es in der Bibel. Die Bibel sagt auch, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Oder wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wo bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Es gibt einige Verse zum Thema Materialismus in der Bibel. Und alles lässt uns erinnern, dass die CDU eigentlich wirklich nicht biegelorientiert arbeitet. Und das ist eine pure Doppelmoral und Heuchelei. Ich würde schon sagen, das ist fast irgendwie betrügerisch. Das ist eiskalt betrügerisch. Und es geht hier gar nicht darum, das Christentum oder eine Ideologie zu vermarkten. Das ist euch hoffentlich klar. Es geht einfach nur darum, ich muss ja das Beispiel des Christentums jetzt nehmen, um an die CDU zu orientieren. Und natürlich mache ich das jetzt nicht so, das heißt natürlich, ich mache es jetzt eben nicht so subtil, Quellen orientiert nach einem bestimmten Thema, wie es jetzt berühmte YouTuber machen. Oder eben dieser berühmte YouTuber, der das wirklich sehr intellektuell reflektiert macht nach seinen Quellen. Ich mache das jetzt einfach mal nur, was die Moral und Doppelmoral betrifft. Und nach neuen, innovativen Ideen gemessen. Deswegen verzeiht mir hier, wenn ich hier auch anders herangehe. Naja, aber nach diesen kleinen Versen aus der Bibel möchte ich jetzt mal einfach weiterreden. Denn würde eine CDU die Bibel wirklich mit Ehrfurcht lieben und leben, so wären Arme nicht mehr arm. Weil das Wort Arm ja ebenso eine Erfindung des Menschen ist und wir vor der göttlichen Natur alle gleich sind. Respekt vor jedem, der Frieden und Liebe kultiviert. Denn nichts ist kostbarer als diese Werte, bevor wir die sinnvollen Berufe und unsere Finanzsysteme um diese Werte bauen. Also was ich sagen wollte ist, dass nichts wertvoller ist als die Werte des Friedens und der Liebe. Bevor wir dann eben die sinnvollen Berufe um unser Finanzsystem bauen. Das wollte ich eben sagen. Die CDU betrachtet nicht die Bibel, sondern das Buch der Finanzen. Kann man eigentlich so sagen. Das ist deren Bibel. Würde man die Bibel wörtlich nehmen, so wäre die CDU nach der Vorsicht der Bibel sogar Satans Werk. Denn die da kommen und mit großer Zunge sprechen, werden da geprüft, wo sie den Schwächsten dienen. Ich sehe sehr viel Ungerechtigkeit und immer noch Armut in diesem Land. Und das ist nicht nötig. Die Konzepte liegen bereits vor. Die CDU dient in erster Linie einer künstlichen Idee des Staates. Etwas, was es nicht gibt. Das Bewusstsein ist das jüngste Zeugnis. Natürlich müssen wir daraus etwas Sensationelles bilden, was wir hier als Menschen mit unserem biologischen Fahrzeug machen können. Und Fortschritt hat sich schon genial bewiesen, dass wir in eine tolle Richtung arbeiten können. Alle Facetten des Lebens. Aber es reicht eben noch nicht. Ja, und etwas, was es nicht gibt, das kann man nicht als Grundlage staatliche Argumente nehmen, um andere damit zu versklaven, hey, wir fordern und du gibst das zurück, was richtig ist. Sonst wirst du bestraft und kriegst kein Geld mehr oder das. Was es immer für Konsequenzen gibt. Ja, wie gesagt, die CDU dient in erster Linie einer künstlichen Idee des Staates. Also etwas, was es nicht gibt. Und sie sollte eigentlich mit ganzer Liebe soziale Gerechtigkeit anstreben und dann das zugrunde liegende System reformieren. Was von Menschen erdacht ist, es lässt sich immer anpassen. Menschen sind so tief nach ihrem Staatsparadigma konditioniert, dass sie schon gar nicht mehr bemerken, wie sie unfreiwillig für politische, finanzielle Phrasen argumentieren. Wie, das BGE, wie soll das denn funktionieren hier? Und die Menschen merken es nicht, was es bedeutet, wie die nackte Existenz aussieht. Das sind alles von Menschen erdachte Sachen einfach. Man kann alles umändern, was durch Zahlen künstlich erdacht wird. Überall gibt es immer nötige Variablen. Freiheit kennt keine von Menschen erdachte Wirtschaftsvariable. Sie ist einfach das Grundwerk, das Grundrecht aller Teilnehmer, dieses Phänomens des Lebens. Sie ist einfach da, sie steht uns zu. Da gibt es kein anderes Argument. Oh, hier, Moment, wir haben uns mal damals das und das ausgedacht, da muss ich die Freiheit erst nachorientieren. Nein, nein, Scheißdreck, ihr müsst euch nach der Freiheit orientieren. Und das ist möglich. Doch wo liegt die Freiheit, wenn wir auf Erden ja auch eine Ordnung brauchen, um trotzdem unsere genialen Erfindungen beziehungsweise Berufen eine gesellschaftliche Nähe zu geben? Bedeutet Freiheit, dass niemand mehr Berufe ausführen möchte und nur noch seine Seele finden will, sich selbst verwirklichen? Es liegt erst einmal in der Natur des Menschen, sich verwirklichen und tätig sein zu wollen. Auch Studien zeigen dahingehend, dass Menschen mit dem Gefühl der Freiheit, hier dann mal im Kontext eines bedingungslosen Grundeinkommens, sogar noch mehr und lieber arbeiten, weil sie wissen, sie werden aufgefangen und werden nicht von einer Forderung erpresst. Also so etwas wie Hartz IV aktuell. Menschen trauen sich nach diesen bereits, ausgeführten, lebhaften Studien also viel mehr zu. Werden mutiger und versuchen endlich mal sich selbst zu verwirklichen, auch künstlerisch, selbstständig. Doch die CDU will scheinbar die Schöpfung Gottes nicht unterstützen. Die CDU will Sklaven, damit ihr, dämonischer Sozialkörper, seine Lämminge reserviert. Und Menschen, die irgendwo aus einem Kontext oder System oder einen gesellschaftlichen, moralischen Verstand ausbrechen, ob wir sie jetzt faul nennen, was auch immer, das gibt es ja sowieso immer. Also das ist was ganz, aber wenn es das sowieso gibt, dann also lieber erst mal die Armut in ganz andere Hände begleiten. Bedingungslos ist einfach die Grundlage der Freiheit, weil eben niemand das Recht hat, Gott zu spielen. Jeder Mensch, der dann neben der zustehenden Freiheit mehr Geld verdienen möchte und mit dem derzeitigen Schulsystem zurechtkommt, der kann das doch auch nach wie vor tun. Es geht einfach nur um die ganz wichtige und logische Basis der Menschlichkeit, der seelischen Freiheit. Die psychische Gesundheit würde mit einem Grundeinkommen auch weiter stabilisiert werden. Und alleine das Argument der Suizidraten sollte Grund genug sein, dahingehend etwas zu verändern, etwas verändern zu wollen. Weitere Studien zeigten also mehrfach, dass die Gesundheit der Empfänger eines Grundeinkommens, also auch beim Pilotprojekt, selbst in Deutschland, weltweit ist das ja auch schon, wird das durchgeführt, dass die Gesundheit einfach weiter gestiegen ist. Und wenn wir nur wenige Menschen auch vom Suizid befreien, ist das nicht Grund genug? Oh, was könnte ich kotzen, dass die da oben gar nicht wissen, was so in der Gesellschaft eigentlich vor sich geht. Uns war ja eigentlich schon immer klar, dass Druck, Stress und Angst den Menschen erkranken lässt. Zumindest einen gewissen Anteil der Menschen, die aus diversen Gründen diese Empfindungen erleben müssen. Mit Freiheit lässt sich aber ein Staat nicht aufrechterhalten. Das war schon immer so. Weil er selbst die Angst erschaffen will, um seine Lemminge einzugliedern. Armut ist nicht immer ein Zeugnis der Unfähigkeit. Gar nicht so. Es ist oft sogar eine Konsequenz hoher Begabungen, wenn man mit dem zugrunde liegenden reaktionären System nicht warm wird oder sich der Zeit voraus fühlt. Viele Seelen fühlen, sich der Zeit, wie gesagt, einfach voraus und werden in diesem Schulsystem krank. Wir haben als Menschen wirklich geniale und sinnvolle Berufe erfunden. Auch gesellschaftliche Konzepte. Aber die Basis um das erdachte System muss sich mehr dem Menschen anpassen und nicht dem kosmetischen Wirtschaftsleuchtturm. Die CDU hat ihr wahres Gesicht nun erneut gezeigt. Denn genau jetzt, wo durch Corona noch mehr soziale Fragen laut wurden, setzt die CDU weiter auf alte Dynamiken und pflegt keinen Sinn für menschliche Werte und noch weniger für christliche Tugenden. Alles, was die CDU verändern möchte, das dient letztendlich wieder nur dem eigenen zugrunde liegenden System und wird dann irgendwie mit sozialen Phrasen noch umgangen, damit das Ganze irgendwie auch den Menschen bewegt, dass das Ganze ja gut für uns ist. Aber eigentlich wird immer nur das System angepasst und erweitert. Und was ich diesen Menschen wünsche, diesen Bestimmten da oben, auch anderen Apologeten, dieser Strippenzieher, das reicht für zweimal lebenslänglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese graue Eminenz muss durch geistige, spirituelle, philosophische und wirklich progressive Wissenschaft demaskiert werden, damit Menschen sich wieder an ihre Seele erinnern, nicht an das programmierte Wesen der Leistungskultur. Ja, ihr Lieben, bleibt gesund und gerade in diesen Zeiten ideologiekritisch. Schließt euch keiner Gruppendynamik an und seid frei für viele Perspektiven. Das gelingt uns gerade in Deutschland gar nicht mehr. Man muss sich immer für A oder B entscheiden. Sonst bist du entweder Nazi, Gutmensch, Grünversifter, irgendein Religionstyp, irgendein, ach, es gibt so viele Bezeichnungen. So viele Subkulturen. Seid frei für wirklich viele Perspektiven. Überall, wo Menschen eine Meinung bilden, lebt auch ein Herz. Und nicht alle sind immer so, wie wir es glauben. Wir müssen uns nur einfach mal alle bündeln und zusammenschließen und sagen, hey, wir möchten doch zusammen etwas erreichen und weg von unserem engstehenden ideologischen Gedanken und dieses Ausschließen nach diesen Gruppendynamiken und dieses Heranzüchten nach moralischem Recht, wer die Guten und die Schlechten sind. Seid einfach ein Schöpfer, kreativ und hilfsbereit, treu und liebevoll, selbstkritisch und froherzig. Füttert diese ewig gestrigen, heuchlerischen Parteien nicht. Eigentlich sollten sollten wir als Gesellschaft so stark zusammenarbeiten, dass wir die kleinsten, unbekanntesten Parteien wählen, von denen niemand etwas gehört hat, so einfach aus Protesteimer. Die Partei der Kuchenliebhaber, die Jurassic Park Union, wir suchen Erbgut und lassen Dinosaurier unsere Politiker auffressen, egal. Und dabei läuft dann noch Live-Übertragung mit der Musik von Jurassic Park. Ne, kürzlich spaß, natürlich gibt es diese Parteien nicht, aber die Violetten gibt es. Habe ich kurz und erst erfahren. Die sind frei und spirituell, wollen natürlich auch das BGE und ja, schade, dass die sich nicht aufbauen konnten damals. Und ja, nun verabschiede ich mich aber wirklich und herzliche Grüße, euer Basti. Ciao.